Ja Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute wieder wieder... Ehhhhh, genau der... Ah, Maxify, hallo! Maxify, hi Leute, ich bin wieder beim zweiten Code unterwegs und was soll ich sagen? Wir haben gerade vier Runden gespielt und drei Wins geholt. Oh yeah! Und die waren gar nicht schlecht. Das Video findet ihr auf Maxify's Kanal. Das ist unten irgendwann verlinkt. Also wenn ihr das dann gleichzeitig mit mir hochlädt. Ich halte mein Maul. Leute, es gibt einen Crater-Code, Revinza, das wisst ihr, ich halte die Fresse. Wir spielen wieder Duos, Arena. Let's go, Bruder. Auf geht's. Bin heiß. So viele Leute haben das gefeiert, dass wir zusammen gespielt haben. Das fanden die so schön. Das haben die so genossen, weißt du? Das sind das alles Ehre-Männer. Das sind alles Ehre-Männer. Die haben es genossen. Die fanden haben gesagt, Hey, Revinza, das stimmt, Maxify, das passt zusammen. Wie Butter aus Brot, wie Ei aufs Auge, wie Schlüssel in Schlüsselloch. Ja, genau. Alles klar. Über 200 Punkte, Digga. Immerhin ganz schlecht. Also ganz gut. Wir haben jetzt innerhalb von fünf Games 100 Punkte gemacht, was echt nice ist tatsächlich. Also killmäßig liegt das ganz gut. Und jetzt kommt nämlich bei mir die Performance, Alter. Weil ich habe jetzt alles, was ich an guten Performance hatte, rausgespielt. Die gibt es jetzt nicht mehr zu sehen. Da könnt ihr bei Maxify im Video reinschauen. Wie gesagt. Denn jetzt wird rumgebottet, Alter. Oh, minus zwei Hype. Kennst du es, Bruder, wenn dein Hype langsam vorbei ist? Nicht bei mir. Gut, würde ich sagen, wir gehen einfach mal nach Retail Bro. Retail. Retail. Wir beide sind die Retail Bros. Versteht ihr, Leute? Ich sollte einfach das Maul halten, Alter. Richtig. Snipen ist unsere Leidenschaft, Leute. Ja. Snipen ist unser Leben. Snipen ist mein Stolz. Snipen ist mein Leben. Ihr könnt denken, was ihr wollt. Yeah. Stark. Alter, war gut. Ja, habe ich geballert. Also dafür habe ich dir auf jeden Fall schon mal ein Like auf das Video da gelassen. Ehrenmann, Alter. Und ganz ehrlich, an der Stelle, Leute, ich glaube, ich habe mitbekommen, dass sehr viele Leute noch gar nicht abonniert haben. Also die, die diese Videos gucken, wie wäre es, wenn ihr einfach mal abonnieren würdet, ihr Idioten. Wow, das wäre doch mal was Cooles. Das wäre doch nice, oder? Okay, let's go, Alter. Hier, bei mir. Komme. Ist halt im Haus drin. Ja. Oh, nein. Alles gut, hab ich. Der kommt gleich dann hingeschossen. Du Mülleimer. Du hast zu gute Waffen, Alter. Danke für die Waffengegner. Ich habe einen richtigen Gammel-Loot. Meiner ist auch nicht gerade gut. Rhymt sich sogar. Ich habe einen Gammel-Loot. Meiner ist auch nicht gerade gut. Freestyle-Rap-Folge mit Maxify, Leute. Jedes Mal, wenn wir jetzt einen Gegner töten, werden wir erröten, weil wir müssen rhymen. Und das ist alles auch richtig timen. Verstehst du, was ich meine? Ich habe keine geile Waffe. Ich kann dir nicht helfen, denn ich bin ein Affe. Wetten, er wird hinten raus. Alter, da hast du Körber Klaus. Wo ist der hin? Ich würde ihn auch gerne mal, ich würde auch gerne einen Gegner töten. Denn null Kills, das tut mich erröten. Es ist mir peinlich, wie nichts anderes. Alter, der war in Rewienzeit. Wo seid ihr? Herrgegner, wo seid ihr? Ich habe keine Angst. Wo sind die denn? Hier sind noch welche. Mir ist noch einer. Warte, warte, warte. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Der ist von der. Der ist von der. Okay, Leute, jetzt wird's rassiert. Oh Mann, es sind schon wieder so viele Gegner tot. Wir müssen mal in seinem richtigen Hotspot landen, Alter. Ein richtiger Hotspot. Tilted ist ein Hotspot. Da ist auch dieser komische Wiederbelebungs-Van, den sie nicht von Apex genommen haben. Den sie sich selber überlebt haben. Ey, da, 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 da. Ja, ja, die haben beide einen Sniper. Einer down bei mir? Komm schon. Komm, hol das Lasso. Raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Ich schieße dir in deinen Kopf rein. Das Weak? Mann, die wurde nicht von der. Von mir geht's. Sind beide tot? Nein, nur einer. Oh Mann, der ist. Nein. Was denn? Was passiert? Ich hab wirklich schon das Hitmarker gemacht. Wo bist du? Hier runtergefallen. Ich konnte meine Videoplane auch nicht öffnen. Nee, ich hab mir einfach die Veränderung. Hast du mich umsing, oh du werd ich dich ergeben. Werd ich mich übergeben. Kotz mir doch die Nase zu. Ach Maxi, fai. Wovon redest du? Boah, das ist eine richtig musikalische Folge heute, Alter. Voll schön. Also, das ist wirklich schön, Leute. Nö. Ach, hinter dir laufen welche? Hinter mir laufen welche? Genau, ja, aufm Berg, aufm Berg, aufm Berg, aufm Berg. Au. Oh, die sind viel besser als ich. Oh mein Gott, der ist so viel besser als ich. Okay, du musst jetzt alles machen. Carry mich. Ich bin so verwirrt. Haha, I'll play to bot. Gar nicht, ich bin pro. So nicht. Boah, oh mein Gott. Boah, was? Er hat auf jeden Fall Pinkfotter des Todes gerade gehabt. Boah, oh mein Gott. Ich kriege, ich gebe, ich denke, ich denke die ganze Zeit, ich bin drauf, aber bin ich nicht. Das ist ja nicht cool, das macht ja keinen Spaß. Die werden gepusht. Die kämpfen, die kämpfen, lass schnell hin. Machst du beide down? Ey, von wo? Ich weiß es nicht, ey. Ich, ich, Digga, ich bin überfordert mit dieser Runde. Ey, das ist so nervig, Junge. Ich denke die ganze Zeit, ich bin drauf. Das ist wirklich ein Bug. Der unter mir reicht es auch noch irgendwo ein, aber ich weiß nicht wo. Der ist One-Shot. Der eine da hinten ist One-Shot. Der 10 HP. Dann sind das nicht mit Verbänden und Hochheit. Ich glaube, ich fliege da hin, Rewi. War dir alles gut? Nee. Ist aber die unten. Oh Mann, Digga, der hat eine Falle gesetzt. Zwei Leute bei dir. Ja. Wow, Leute, das war Runde Nummer 1. Die liest super gut. Ja, Runde Nummer 2. Ich glaube, wir hätten die Aufnahmesessions tauschen sollen. Weißt du, was das Problem ist? Ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch, Digga. Und meine Aufmerksamkeit fällt exponentiell wirklich ab. Ich habe mir jetzt nochmal einen Kaffee reingeballert, Alter. Ich glaube, das liegt ein bisschen am Alter. Meinst du? Nee, also das liegt nicht unbedingt daran. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich extremes ADS habe. So, ich glaube, dass das vielleicht unter anderem eventuell damit zu tun haben könnte. Aber egal. Jetzt bin ich hyped und lit und wir sind an zwei verschiedenen Orten. Das geht nicht fit. Also bei mir sind auf jeden Fall Gegner. Und ich will die nicht alleine pushen. Also könnte ich schon, aber ich will es nicht, weißt du. Die Angst ist einfach zu groß, dass die mich auseinandernehmen. Und das möchte ich nicht. Ich weiß nicht, ob jemand noch Gegner sind. Der bei mir oben. Nein, das kann doch nicht sein. Ich habe beide 90er-Heads-Regeln gegeben. Was ist denn heute los? Erklär es mir. I got you, Homie. Mano. Warte. Jetzt. Nice. Ich habe 90er abgezogen. Jetzt ist der Mate hier, der hat keine Waffe. Okay, warte. Ich will sch- Ich will nicht. So, 30 HP. Perfekt. Der hat 90er-Headshot bekommen, der Arme. Das war unfair. Das war wirklich gemein. Das war nicht mein Plan. Das war wirklich gemein. Genau, genau das habe ich die ganze Zeit heute Morgen gemacht. Mann, du bist ein richtiges, nicht ein Mobbing-Opfer, sondern ein richtiger Mobbing-Mensch. Das bist du. Mann, das war halt schlau. Guck mal, jetzt hast du Früh-Life bekommen. Das stimmt. Das haben wir gut. Ja, das ist clever. Mixify East, nicht Doom. Oh. Hab einen. Hab den anderen. Was kommt denn hier so? Alter. Ich glaube, da unten wohl Standard-Skill. Das ist ein Titel. Standard-Skill zu Hause gefunden. Standard-Skill in Fortnite? Da ist er. Komm ich hier hoch. Komm ich hier hoch. Komm ich hier hoch. Komm ich hier hoch. Oh, war das knapp. Oh mein Gott, perfekt. Kann ich ihn snipen? Warte, ich versuche ihn zu snipen, okay? Mission Impossible. Ich sehe ihn nicht mehr. Ach, da ist er. Hab ihn schon. Oh, Mano. Du bist immer so schnell. Du musst mir auch mal die Möglichkeit lassen, dass ich auch noch jemanden töte. Da unten sind welche, siehst du? Ja, was machen die? Die töten halt wirklich. Ich bin im Arena gerade ein bisschen zu ernst. Pull ihn dir. Ist fast kaputt. Och, Mensch ey. Die waren ja stressig, die zwei. Da vorne, da vorne, da vorne vor mir. Ich schieße von oben und zu von der Seite einfach. Oh, der ist genau close vor mir. Boah. Ehre genimmt. Digga, das war ein Quickscope, Alter. Der Lappen. Dankeschön. Maxify, we need to do some freestyle again, okay? Okay. Ich kann das nicht. Yo, das ist ziemlich unangenehm. Weil ich kann keine Gegner sehen. Wir sind zwei krasse Rapper. Und die Gegner sind Aldepper. Wir suchen gerade Gegner hier. Sind da oben welche drin? Doch, da oben, 255, sind sie drin. Die Gegner, die sind ganz schlimm. Warte, ich schieße den Raketenwerfer. Okay. Ich mach auf. Drei, zwei, eins und... Schade. Du hast eine Sekunde, glaube ich, zu früh geschaffen. Das tut mir sehr leid, Maxify. Noch ein Hit. Hab ihn. Nice job. Beatboxen, das kann ich leider nicht. Aber ich hau dir ins Gesicht. Verdammt, warum hab ich ihn gerade gewasted? Das war sehr dumm. Meine Phrase. Ich hätte meinen Re-Deployer saveen sollen. Maxify und Re-Wi rollen mit ihren Ballern durch das ganze Game. Zerstören, reden, wir sind Fame. Ich schieße auf und du schieße ran. Drei, zwei, eins, eins. Ist keiner drin. Okay. Ich ne? Doch, jetzt aber. Ah! Ich hab ihn down. Rezo, was machst du hier? Hä? Was machst du denn hier, Rezo? Ich bin gerade am rappen. Hör damit auf. Ich bin nämlich ein rappender Körper, Klaus. Ich ziehe sie alle in Fortnite ab. Rezo ist in meinem Raum. Was geht ab? Ich bin ziemlich krass mit Maxify. Wir spielen gerade Pro Division. Eieieiei. Hallo. Hallo. E-Macken von Ceras. Ich hab, glaube ich, ne Krankheit, Maxify. Ich kann nicht aufhören. Wo sind sie denn? Snap him, snap him, snap him, snap him. Ah, er ist gone. Sorry, ich muss aufhören zu rappen. Ich glaube, damit geht deine Konzentration bis zum Flöten. Kostet zu viel Energie. Moment, Rezo. Ich muss das hier noch schnell zu Ende spielen. Wir sind gerade in einer richtig heißen Aufnahme. Ich verstehe gar nicht, was du sagst. Weil es Pro Division ist. Weißt du, was ich meine? Es ist nicht irgendwas. Es ist wie Tournament. Verstehst du? Es geht um Cash, Money, Dope. Gibi, du One-Shot, One-Shot, One-Shot. Ja, ich bin die Treppe runtergefallen. Du hast den geholt ganz ehrenlos. Bruder, ich muss doppelt groß. Ist da noch ein Gegner drin? Ja, einer ist noch drin. Dem hast du die Ehre genommen. Ehre genimmt. Die im Baum? Ne, hier unten. War die hier unten? Ja. Einer von ihnen ist down. Ist ja ganz... Okay, warte, warte, let's start. Trickshotten oder nicht? Okay, Trickshotten oder nicht? Okay, lass Trickshotten. Ach man, er wollte nicht. Er wollte nicht. GG's. Das war eine gute Runde. 22 Kills auf die Hunde. Fast 300 Punkte. Alter, Digger. Wir sind jetzt Pro Division fast, ne? Ja. Anwärterliga Division 6. Digger, das ist wirklich easy, wa? Also irgendwas, Leute. Irgendwas ist da anders falsch. Ja, Leute. Was soll ich sagen? Starke Runden. Wir schießen auf die Hunde. Und sie bekommen... Komm, sag schon. Runden. Yeah! Nice, Digger. Leute, schaut auf jeden Fall bei Maxify. Wobei, das war es von diesen wunderschönen Runden, die wir hier gespielt haben. Knackig auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Bis dennne. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.